Musik Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Disney Dream Red Valley. Entschuldigung, ich werde jetzt erstmal hier meinen Raps ernten, denn ich muss die ja verkaufen für das Event. So, es sind aber erstmal nur 20 Stück von 60. So, erstmal das noch. Sehr schön. So, dann einmal schön die Erde hier einsammeln, die fruchtbare natürlich, ne? Lass mich durch, ist hier auch noch was? Oder habe ich hier wieder was übersehen? Nein, ich glaube nicht. Hi Scar. Ich bin ein zehnmal besserer König als Mufasa. Hm. Ich lass dir mal in ihm glauben. Was hast du auf dem Herzen? Fanny, gibt es einen Dorfbewohner, den du nicht besonders magst? Vielleicht jemand, der dich ständig nervt. Wen möchtest du lieber... Was? Wen möchtest du lieber nicht um dich haben? Äh... Warum fragst du? Ach, es gibt keinen Grund. Nur eine müßige... Was? Eine müßige Neugier. Meine Güte. Nun, ich mag jenen. Sabberst du? Natürlich nicht. Ich sabbere nicht. Ich genoss lediglich den Gedanken an etwas. Jetzt lauf und vergiss nie. Das bleibt unser kleines Geheimnis. Äh, ich weiß nicht, was du meinst, aber ist ja egal. Ähm, was willst du denn alles so haben? Festlichter Tintenfisch. Sarke Sushi oder eine Krabbe? Wie viele Krabben habe ich denn? Ta-ta. Ta-ta. Scar, warte mal. Lauf nicht so weit weg. Ich gucke mal nach der Krabbe. Mal gucken. Und dann, ähm, werde ich nochmal die Sache hier mit der mystischen Grotte irgendwie in Angriff nehmen. Ich könnte mir vorstellen, wo die Grotte jetzt ist. Ähm, wartet mal. Krabbe, Krabbe, Krabbe. Nein, hier ist keine Krabbe. Hier ist eine. Aufteilen. Eine. So. Habe ich hier wieder viel Zeugs drin. Genau, es gibt nämlich noch eine Grotte, die ich völlig vergessen hatte in der letzten Folge. Äh, wo ist denn Scar jetzt, ähm? Scar, wo bist du? Ach, da oben ist er jetzt. Äh. Ah, da kommt er. Alles klar. So, Scar, ich habe hier eine Krabbe für dich. Zum Hochleveln. Oh, wie gut. Ja, sehr gut. So, bitteschön. Immerhin etwas. Hm. Ein Zeichen deines Respekts. Ich nehme es an. Gibt es einen Grund, warum du mich belästigst? Äh, wir können später reden. Jetzt lauf und vergiss nie. Du bist ganz schön ungemogelt. So, ähm, ich habe auch etwas für Maui in meiner Tasche. Wenn ich ihn denn jetzt finden würde. Gott, ist hier was los. Ach, Maui ist da. Na komm. Maui. Maui, ich habe was für dich. Und dann gehen wir nochmal zum schillernden Strand. Der steht oft dort, ne? Der wartet auf mich. Maui. Ja, das stimmt. Aber nur für kurze Zeit. So, ich habe was für dich. Und zwar... Rohkost. Bitteschön, mein Freund. Äh. Entschuldige, ich kann jetzt nicht. So, bringe Geschenke. Habe ich getut. Freundschaft. Okay, so. Was habe ich noch in meinem Inventar? Das hier, zum, zum Angucken. Wieder ein paar... Äh, Objektive wollte ich schon sagen. Objekte. Und einmal das. Okay. Okay. So. Das behalte ich. Das kann auch dann verkauft werden. Genauso wie das. Das wird behalten. Ne, das wird auch verkauft. Weil das ist ja Pflicht. So. Ich war auch schon bei Vajana unten. Und habe die Fische eingesammelt. Äh, verkaufen. Wir verkaufen erst mal. So. Hey, du. Hey, du. Ähm. Ich möchte gerne das verkaufen. Das verkaufen. Das verkaufen. Das. Und schon mal 20 von denen. Bitteschön, Goofi. So. Dann kann ich hier wieder was einsammeln. Sehr schön. Okay. Ab zur... Äh, zum schillernden Strand. In die Grotte. Genau. Ich hatte in der letzten Folge, glaube ich, nur... ...die Grotte da hinten genommen. Aber hier ist ja auch noch eine. Die ist immer so versteckt. Deswegen übersehe ich die mal ganz gerne. So. Gehen wir mal hier rein. Mal gucken. Vielleicht kann ich die drei Fakken dann hier reinmachen. Okay. Hier oben anscheinend nicht. Hier ist auch nichts. Hier sind ja die Pflänzchen. Hier ist auch nichts. Hier kann man wunderbar kochen. Ah. Hier rein, meine Lieben. Hier müssen sie rein. Hier sehen. Sehr schön. Oh. Wie hübsch. Ach, ein Foto muss ich machen. Ja, wollte ich sowieso. Sehr gut. Ähm. So. Erledigt. Erledigt. Kehre zur Mutter Grotte zurück. Hier kann man aber nichts angeln, ne? Hier kann man angeln, Leute. Ne, doch nicht. Warte mal. Nee, 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 nee. Geht nicht. Okay. War ein Versuch wert. So. Habe ich schon mein Haustier heute gestreichelt? Ich glaube noch nicht. Läuft er nicht immer weg? So, okay. Hallo, Vajana. Ähm. Wo ist da Mutter Grotte? Wo ist die denn? Ach, da kommt, äh, Donut, der schläft. Okay. Ach, die ist zu Hause. Okay, wunderbar. Dann reise ich mal schnell dahin. So, dann einmal rein hier. Bitte, 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 hilf mir doch kurz. Ja. Wieso hat das so lange gedauert? Weil ich habe die Grotte nicht gefunden. War nur Spaß. Alles klar. Du bist zurück und hast den Beweis? Lass mich mal sehen. Lass mich mal sehen. Hm. Um dies zu entziffern, bedarf es mehr als eines kurzes Blicks. Ah. Aber jetzt, ich rufe dich, wenn meine Nachforschungen abgeschlossen sind und ich jemanden für körperliche Arbeit brauche. Ich muss schon sagen, ich bin recht überrascht. Alles klar, alles klar. Ah. So. In Ordnung. Ähm. Ich vermute mal, ich habe jetzt keine Aufgaben weit. Neue Aufgabe verfügbar. Sag mal, willst du mich verarschen? So, rede mit mir. Rede mit mir. Ach komm schon, Baby. Ehrlich? So. Wieso hat das so lange gedauert? War nur Spaß. Oh, ich möchte ihr so gerne eine knallen, ne? Ah, meine kleine Lieblingsassistentin, du kommst gerade rechtzeitig, um meine Neuigkeiten über den Sonnenstein zu erfahren, bei dessen Aufspielen du mir schon seit einiger Zeit hilfst. Zu den Fragmenten. Jedes von ihnen wird zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort erscheinen. Das Fragment der Morgendämmerung am Morgen auf der sonnigen Ebene. Das Mittagsfragment zur Mittagszeit auf der Lichtung und das Fragment der Abenddämmerung bei Nacht im Wald. Sie leuchten wie Miniatur Sonnen auf dem Boden, sodass du sie leicht finden solltest. Samle sie alle ein und bringe sie zu mir. Worauf wartest du noch? Los! Husch, husch! Jaja, ich weiß. Okay, ähm... Ja, am Morgen soos. Haben wir das jetzt morgens? Ich gehe einfach mal hin zur sonnigen Ebene. Ich werde es einfach mal versuchen, vielleicht kriege ich ja schon die Morgenssache. So, muss ja irgendwas auf dem Wohnen sein. Irgendein Leuchten des Dingens. Das kann ich noch nicht wegmachen. Dafür habe ich noch nicht die... Die... So, die sonnige Ebene. Mal gucken. Ob ich das irgendwo finde. Nein, ich glaube, hier sehe ich nichts. Gut, dann versuche ich das mal in... Auf der Lichtung des Vertrauens. Vielleicht haben wir es ja auch schon Mittag. Keine Ahnung. Aber ich werde mal hier nochmal ein bisschen was sammeln. Ah, könnt ihr was sehen? Ich sehe gerade nichts irgendwie. Aber ich muss es jetzt nicht auskramen, oder? Oh nein! Ja, ich habe es geschafft. Okay, super. Alles klar. Hm. Ja, ja, ich soll suchen. Ah, hier, ne? Ist es das? Ja, das sieht so aus. Okay, wunderbar. Das habe ich schon mal gefunden. Gut, gut. Also haben wir das schon wieder mittags. Ja, wann ist denn morgens? Hm. Ich kann es ja nochmal versuchen. Aber ich glaube, das wird dann nicht hinhauen mit der sonnigen Ebene. Ich probiere es nochmal. Nachts ist ja vielleicht auch kein Problem, aber morgens anscheinend schon. Ich habe hier leider auch noch nicht so viel Platz, um zu suchen, weil es ist ja noch nicht alles freigeschaltet. Dann einmal hier sammeln. Dann einmal hier sammeln. Dankeschön. Hm, na gut. Dann ist es so. Hi, Goofi. Finde ich zu sehen. Ja, finde ich auch, dich zu sehen. So, verkaufen, 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 verkaufen. So, vielen Dank, Goofi. Vielen Dank. Gut. Dann würde ich mal sagen, mache ich für heute schon Feierabend, meine Lieben. Und in der nächsten Folge, ja, versuche ich dann das, das Fragment am frühen Morgen zu bekommen. Und, na du. Und, ähm, beziehungsweise sollten wir endlich mal zur Toy Story, ne? Das wollte ich ja eigentlich schon längst mit euch gemacht haben. Warum will ich jetzt eigentlich hier rein, ich depp? Wollte ich doch gar nicht. So, ähm, ich wollte doch nach Hause. Ne, genau, dann machen wir alles so. Dann gehen wir morgen, ähm, zu Wall, äh, nicht zu Walli, zu, ähm, Buzz Lightyear und, und, ähm, Woody. So, dann pack mal hier den Fisch rein. So, das muss ich behalten. So, Seetang. Wo habe ich denn jetzt den Seetang schon wieder drin? Hier ist er drin. Sehr gut. Ähm, ja, der Rest kommt in die Werkstatt, beziehungsweise hier draußen in die Kisten. Echt, habe ich nur noch drei von dieser fruchtbaren Erde? Das ist aber nicht viel. Ach, guck mal, die Zitrone, die hätte ich auch verkaufen können. Die habe ich nicht gesehen. Die habe ich nicht gesehen. So. Nein, das war die falsche Kiste. So lang gucken. Okay. Okay, okay, okay. So, wunderbar, meine Lieben. Also, vielen, vielen Dank für's Zusehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid in der nächsten Folge. Wie gesagt, gehen wir dann da rein. Ja, das wollte ich ja, wie gesagt, schon längst gemacht haben. Für die Leute, die darauf gewartet haben, es tut mir leid. Wir machen das tatsächlich in der nächsten Folge. Also, bye, bye.